Ein Ultralauf ist ganz anders. Du möchtest ein Ziel erreichen. Aber Stress im Sinn, dass du geplagt wirst von der Zeit, hast du einen Ultralauf nicht. Meine Freunde nennen mich Seppi. Ich bin 71 Jahre alt und ich bin Ultraläufer. Ich sehe in meinem Buch als ganz guter Ratgeber eines erfahrenen alten Läufers, welche Krisen man durchmacht, wie man sie beseitigen kann, worauf man aufpassen muss, was man genießen kann, genießen soll und darf. Ich habe da wirklich nichts beschönt, nichts dramatisiert, sondern meine aktuellen Stimmungen, so gut es ihm geht, meistens am Tag nach dem Lauf schon zusammengefasst. Und kannst jetzt den Läufer, der sich so eine lange Strecke wagt, anbieten, aus Erfahrungen, die er nicht selbst machen muss. Das Buch ist nur mit deiner Vorbestellung zwischen 15. März und 15. April erhältlich. Als Dankeschön für deine Buchbestellung haben wir uns überlegt, vielleicht ein einfaches High-Five, ein Foto von dir auf der Rückseite des Buches, ein Online-Coaching, wo dir vielleicht Tipps geben kann oder vielleicht sogar ein gemeinsamer Lauf oder ein Abendessen gemeinsam. So weit, so gut. Nun liegt es an dir, das Kind aus der Taufe zu heben. Das Buch wird eine kurze Zeit erhältlich sein und nur über deine Vorbestellung. Das Buch ist ja sehr groß. Ja, das habe ich dir genommen. Ja. Ja. Und jetzt habe ich dir damit. Ja, meineенно. Ja, das bekomme ich ja die Ausgleichung. Ja. 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 Ja.